Alle Leute, die sich auch nur mit einem ganz kleinen Beitrag gewehrt haben, irgendwas missbedingt über die USA oder Nazis sagten, waren sofort verschwunden. Das war mit Angst verbunden, der ganze Krieg. Weil man doch immer wieder rechnen muss, pass auf, jetzt sind gleich Fliegeralarm und jetzt musst du in den Keller. Und wir haben geschrien und geschrien und geschrien und geschrien. Es hörte nicht auf, es hörte nicht auf, es kamen immer wieder Bomben. Bis dann weiterging, naja, das weiß ja jeder von uns. Amen. 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 Amen.